Wir präsentieren EasyLMS, ein Lehrmanagement-System, das einfach, ja, einfach ist. Einfach zu benutzen, einfach schön anzusehen und einfach noch heute kostenlos testen. Melden Sie sich an und Sie werden sehen, EasyLMS ist keine gewöhnliche E-Learning-Software. E-Learning-Systeme können überladen und kompliziert sein. EasyLMS ist anders. Unsere Cloud-basierte Software macht Mitarbeitertraining super easy. Über unser benutzerfreundliches Dashboard, das übrigens in vieler Sprache verfügbar ist, erstellen Sie schnell und einfach interessante und inhaltsreiche Kurse. Ihr Team wird begeistert sein. Bauen Sie Text ein, Bilder, Audioinhalte, Präsentationen und Videos und passen Sie das Design an Ihrer Marke an. Mit Testfragen, Assessments und Prüfungen testen Sie, was Ihre Teams gelernt haben und würdigen die Leistungen der mit individuell gestalteten Zertifikate. Ihr Kurs und Ihre Prüfung sind fertig, dann ist es Zeit, das Nest zu verlassen. Teilen Sie die Inhalte ganz einfach mit Ihrem Team. Wir kümmern uns um den technischen Teil und verschicken Ihren Einladungen und Zertifikate. Im Laufe des Kurses behalten Sie die Fortschritte Ihrer Teilnehmer immer im Blick. Sie können die Ergebnisse einzelner Teilnehmer oder ganzer Gruppen analysieren. Easy. Mit der Academy können Sie eine große Anzahl von Kursen und Teilnehmern verwalten, ohne dass es kompliziert wird. Sie können Kurse in Lernpfade organisieren und die Lernpfade verschiedenen Funktionen und Abteilungen zuordnen. Ihre Mitarbeiter erhalten dann alle Schulungsmaterialien an einem zentralen Ort. Was Administration angeht, fügen Sie zusätzliche Administratoren hinzu und erteilen Sie ihnen unterschiedliche Zugriffsrechte. Zum Beispiel verwaltet ein Manager das gesamte Onboarding-Material und seine Kollegin kümmert sich um die Weiterbildungen. Bei EasyLMS wählen Sie aus drei preiswerten Abos. Business-Ao, Corporate-Ao und Enterprise-Ao. Jedes Abo enthält eine breite Palette an modernen E-Learning-Funktionen für Unternehmen aller Art und Größe. Testen Sie EasyLMS noch heute. Gehen Sie auf www.easy-lms.com-trial und melden Sie sich für eine kostenlose Testversion an. EasyLMS. E-Learning leicht gemacht. Be symb anderl ins specialists. E-Learning-Technical und Ö青-Denig und Labor.